so meine lieben freunde willkommen zu quick tip nummero 3 und zwar der expansion markt der dynamische markt das heißt preise die in einer großen spanne angeordnet werden wo dann sozusagen die verfügbarkeit über diese preisspanne differenziert wird das heißt hat der verkäufer ganz ganz viel von dieser ware auf lager bietet er dir natürlich einen günstigeren preis an angebot und nachfrage regeln im preis ist dieser verkäufer bald ausverkauft weil viele viele spieler bei ihm diesen artikel eingekauft haben dann sinkt sozusagen sein lagerbestand und der preis steigt immer weiter an und um eine vernünftige wertigkeit zu schaffen greife ich jetzt mal auf unserem neuen server wir haben ja jetzt die livonia karte drauf und wir haben aber unser market system aus dem cernarus package einfach mal rüber geladen jetzt haben wir hier zwei verschiedene dinge wir haben ja aus der cernarus karte haben wir die ganze zeit mit gold barren gearbeitet mit gold und silber mit barren und nuggets das war die währung damals auf unserem cernarus server und wir haben jetzt die aktuelle währung rüfner das heißt scheine gold barren war immer ein quadrat also ein platzhalter der verschwendet wurde oder der eingenommen wurde bei 100 gold barren das heißt in ein kästchen meines inventares passte eine million so und jetzt mit den mit den scheinen ist es noch mal ein ganz anderer schnack a nehmen die scheine zwei plätze weg aus dem inventar weil sie halt größer sind und es passen auch nur noch 50.000 als schein batzen sozusagen dort mit rein das heißt wir haben nicht mehr die möglichkeit so viel geld mitzunehmen wie wir es auf unserem server konnten und damit wir jetzt eine wertigkeit anpassen und ich mache das jetzt anhand eines einzigen beispiels wie wir das gemacht haben einmal für den cernarus server und jetzt für unseren livonia server denn wir haben einfach mal ganz ganz viele geldscheine hingelegt haben dann sozusagen unser komplettes equipment angezogen auf dem cernarus server haben wir das größte genommen den größten rucksack die größten klamotten da wo am meisten reinpasst und haben komplett alles leer gelassen in den klamotten und haben dann die gold barren sozusagen eingefüllt haben dennoch einen großen rucksack in die hand genommen den größten den es gab und haben da auch noch mal gold bahren reingefüllt und haben dann geschaut wie viele plätze sind das insgesamt und wie viele millionen kann man sozusagen damit tragen weil wenn du dir etwas kaufen möchtest musst du ja das geld am mann haben und dann zum trader gehen und dann wird das geld ja auch erst genauso eingestuft und bewertet von dem händler der dann sagt aha der junge mann hat 300 gold barren in seinem inventar das entspricht dann 300 millionen gold oder rubel wenn man das mal so sagen möchte so das war auf unserem cernarus server jetzt haben wir ein anderes geld system jetzt haben wir das rüfner geld system und wir haben die trader schon einmal rausgezogen aus dem market system von cernarus von der karte und ich habe einfach mal wieder aufgemacht den die heli kategorie helikopter weil da sagen wir für uns ich meine beim boot könnte man das jetzt auch noch machen bei den fahrzeugen natürlich auch man sollte sich aus diesen großen kategorien jetzt nicht unbedingt bei essen und trinken da sollte jetzt nicht irgendwie eine dose cola drei millionen kosten oder 30 millionen oder 300 millionen sondern man sollte sich das bei diesen kategorien schon raussuchen ich sage mal speziell für spezial waffen spezial fahrzeuge spezial flug oder helikopter und bei den booten kann man das mit sicherheit auch machen wir müssen ja eine wertigkeit schaffen was kann man am meisten am mann tragen und mit der neuen währung rüfner haben wir jetzt nämlich das problem dass nicht mehr 100 goldwaren auf einen inventarplatz kommen was dann ja eine million entspricht sondern wir haben jetzt 50.000 rüfner scheine auf zwei plätze verteilt also wir brauchen zwei inventarplätze und haben dann nur noch 50.000 rüfner mit dabei so und dann haben wir uns einfach mal nicht mehr nur die größten klamotten genommen also wo am meisten reinpasst schuhe quatsch schuhe sei schon hose t-shirt jacke mütze was weiß ich rucksack sondern wir haben einfach mal einen mittleren durchschnitt genommen wir haben uns mittlere dinge genommen mit einer sage ich mal kapazität jetzt nicht von 90 oder 120 rucksack plätzen sondern nur noch von 40 oder 60 und haben dann einfach mal ein objekt teil außen vor gelassen wo wir essen trinken und den was man so braucht drin hat und das andere dann aufgefüllt mit mit den geld scheinen und wir kamen dann auf ein maximum von drei millionen und nicht mehr 300 millionen und ihr seht es hier beim expansion merlin der merlin hubschrauber war für uns immer der wertigste von allen der größte von allen haben wir eine preis differenz von 200 millionen zu 300 millionen und einen verkaufspreis in prozent von zwei prozent des verkaufspreises das heißt wenn wenig im stock waren also wenig auf lager dann hat der heli schon 300 millionen gekostet und wenn er natürlich ausreichend voll war wir hatten hier jetzt eine zahl von zehn das werden wir gleich auch noch mal anpassen dann waren das 200 millionen also angebot und nachfrage regelten hier den preis diese preis differenz kann man natürlich noch weiter auseinander klappen lassen und dementsprechend wenn viel im lager ist dann ist der verkaufspreis niedrig und wenn wenig im lager ist weil viel heraus gekauft wurde dann ist der verkaufspreis sehr hoch angebot und nachfrage das ist das schöne bei der expansion und dem dynamischen markt und wir werden ja jetzt eine null hier hinten weg nehmen müssen haben wir das jetzt 30 und noch eine null jetzt haben wir drei sechs null jetzt sind wir bei drei millionen und zwei millionen weil wir ja vorhin gesagt haben wir sind ja nicht mehr auf dem cernarus server mit gold barren wo wir 300 millionen maximum dabei haben können sondern wir haben jetzt auf livonia und wir haben rüfner und da wird einfach mehr plätze vom inventar her eingenommen und es sind auch nicht mehr eine million pro platz sondern es sind nur noch 50.000 für zwei plätze und dementsprechend können wir nur noch maximum drei millionen einfach so am körper mit dabei im inventar haben um dann bei dem händler etwas kaufen zu können und dementsprechend werden wir jetzt die wertigkeit auf unserem server komplett anpassen wir werden noch mal komplett alle kategorien überarbeiten das geld von der wertigkeit her so umstellen dass ein wie damals auf unserem cernarus server ein 300 millionen rubel schwerer heli hier nur noch drei millionen wert ist aber dass diese drei millionen die wertigkeit der 300 millionen haben das heißt alle anderen kategorien müssen dementsprechend mit angepasst und optimiert werden das heißt wenn man dann loot touren macht dass man nicht mehr so die masse an knete rausholt sondern dass die wertigkeit der drei millionen nämlich der 300 millionen entspricht ich hoffe ihr versteht was ich meine das war quicktipp nummero drei so könnt ihr ganz schnell und einfach in den expansion market system kategorien eure wertigkeit anpassen ja nehmt euch einfach die wertvollsten gegenstände raus fahrzeuge flugzeuge boote und natürlich auch waffen oder auch spezial explosiv waffen und setzt da euren maximal wert ein dem man mit geld tragen kann das könnt ihr jeder weiteren währung natürlich anpassen immer immer mit dem hintergrund wie viel geld kann ich überhaupt am mann tragen wenn ich drei milliarden tragen kann statt nur drei millionen dann kann ich die wertigkeit natürlich auch wieder nach oben setzen und andersrum natürlich genauso wenn es euch weiter geholfen hat däumchen nach oben ansonsten sage ich danke fürs einschalten und bis zum nächsten video